Was wächst aus meinem Baum in meinem Kopf? Was schlägt Wurzeln in meinem Origami-Hirn? Zeilen wie diese sind in der Schule für Dichtung auf der Marie-Hilfer-Straße entstanden. Diese ist seit mehr als 20 Jahren ein Ort, an dem man mit Sprache experimentieren kann. Ab nächstem Jahr bekommt die Institution einen neuen Leiter. Alfa Faber hat ihn getroffen. Er kommt vom Zeichnen, doch sein Herz gehört auch der Dichtkunst. Bekannt ist Nikolaus Mahler für seine Literatur-Adaptionen in Comic-Form. Er hat Bücher über Thomas Bernhard und Franz Kafka herausgegeben. Deren Leben und Werk erzählt er nach und illustriert sie mit seinen typischen Strichmännchen. Ich sehe mich schon eher vom Text kommen, obwohl ich ein Zeichner bin. Also wenn ich meine Bücher zeichne, muss ich die erst einmal schreiben. Gegründet wurde die Schule für Dichtung vom Lyriker und Performance-Künstler Christian Ide Hinze 1991. Er schuf damit einen Treffpunkt nicht nur für Literaten, sondern für Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Wir sind einer der besten Orte in Europa für Performance-Poetry. So unterrichteten hier etwa der Popsänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten ebenso wie Österreichs Pop-Ikone Falco, der in Veranstaltungen der Schule für Dichtung gerne Werke seiner Schriftsteller-Idole HC Artmann und Gerhard Rühm las. Ka-Ruhe, 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 gib einer Ka-Ruhe, einer leichteren Haar mit deiner Laterne, das Blähren und Rähren in Wehren. Von den Sprachbildern zur Bildsprache. Oder umgekehrt, das wird nun der Schwerpunkt in den Schreibklassen sein. Teilnehmern an den Schreibworkshops können sowohl Laien als auch Profis, Nikolaus Mahler will Lyriker, aber auch Comiczeichner als Lehrende einladen, um die Verbindung zwischen Comic und Literatur herzustellen. Im März präsentiert Mahler sein Programm. Der Wiener Comiczeichner und Autor versteht sich nicht als Lehrer, sondern als Impulsgeber. Ich würde sagen, man kann jemandem was beibringen, was nicht schon selber in einem steckt, aber man kann einfach Anregungen geben oder in so Kurzklassen zeigen, wie man es machen könnte. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Es geht also um Inspiration und darum, Raum zu schaffen für Kreativität. Und das ist, glaube ich, schon sehr, 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 sehr.